Die Lügen von Olaf Scholz werden immer krasser und immer offensichtlicher. Heute sagte er live im Fernsehen, dass es keine Sanktionen gegen russisches Gas gibt. Und das ist natürlich komplett gelogen, wie ich dir gleich zeigen werde. Alle Details in diesem Video, los geht's! Deutschland steckt sehr tief in einer Energiekrise und in einer richtig heftigen Rezession. Bereits dreimal mussten alle Wirtschaftsinstitute in Deutschland die Prognosen für die Wirtschaftsleistung in Deutschland nach unten korrigieren. Wir sind im tiefroten Bereich und der Hauptgrund dafür liegt an der mangelnden und zu teuren Energie. Wir sind in einer Energiekrise. Und dazu tragen natürlich maßgeblich die Russland-Sanktionen mit bei. Bundeskanzler Scholz allerdings streitet jede Schuld ab und behauptet sogar das Gegenteil. Er sagt, dass es keine Sanktionen gegen russisches Gas gibt. Schau dir mal seine krassen Lügen von dem heutigen Fernsehauftritt an. Und der Krieg hat ja seine Konsequenzen gehabt, auch in ökonomischer Hinsicht. Ich erinnere mich jedenfalls noch ganz gut, was alles diskutiert worden ist im Herbst des letzten Jahres. Wenige Zeit, nachdem der russische Präsident entschieden hatte, die Gaslieferung nach Europa und nach Deutschland weitgehend einzustellen. Bei uns komplett. Weil ja überall im Internet und in manchen Texten, die man anderswo liest, die russische Propaganda ganz schön wirkt, will ich nochmal sagen. Also offensichtlich hat Olaf Scholz endlich meinen YouTube-Kanal gefunden und ihm das direkt mal als Anlass für eine Stellungnahme. Und deswegen erstmal danke, Herr Bundeskanzler, dass Sie endlich meinen YouTube-Kanal abonniert haben und Stellung zu meinen Videos beziehen. Ich fühle mich wirklich geehrt. Und genau deswegen will ich jetzt auch gleich mal Stellung beziehen. Und zwar zu dem nächsten Teil, den Olaf Scholz hier sagt. Schauen wir mal weiter. Die russische Propaganda ganz schön wirkt, will ich nochmal sagen. Nein, es gibt bis heute keine Sanktionen auf Gaslieferung aus Russland. Es ist der russische Präsident, der entschieden hat, diese Gaslieferung einzustellen. Und es sind wir, die es geschafft haben, in einer von niemandem erwarteten Weise in kürzester Zeit diese 50 Prozent unserer Gasversorgung zu ersetzen durch Importe aus anderen Gegenden der Welt. Also ich weiß echt nicht, ob ich bei diesen krassen Lügen noch lachen oder weinen soll. Scholz sagt hier allen Ernstes, dass wir das russische Gas nicht sanktionieren. Und da muss ich wirklich fragen, welch große Tomaten Olaf Scholz auf seinen Augen hat, wenn er nicht sieht, dass wir das russische Gas aus Nord Stream 2 jetzt schon seit fast zwei Jahren sanktionieren. Und erst jetzt noch vor kurzem hat Putin ja erneut angeboten, dass er 27 Millionen Kubikmeter Gas durch die noch intakte Leitung von Nord Stream 2 zu uns schicken kann. Aber unsere Regierung denkt aus politischen Gründen nicht mal ansatzweise daran, Nord Stream 2 zu öffnen. Und deswegen sind das für mich ganz klar Sanktionen gegen russisches Gas. Und selbst Habeck hat bereits damals in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Folgendes gesagt. Der Reporter Armbruster vom Deutschlandfunk fragt, Herr Habeck, Stichwort Nord Stream 2, dieses Projekt haben Sie gestern erst mal auf Eis gelegt, gestoppt. Warum haben Sie das Ganze nicht komplett beerdigt? Und Habeck antwortet darauf, die Genehmigung von Nord Stream 2 beruht auf zwei Rechtssäulen. Das eine ist die Notifizierung über die Bundesnetzagentur und das zweite ist ein sogenannter Versorgungssicherheitsbericht. Das ist eine politische Beurteilung, ob diese Pipeline die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. Die Vorgängerregierung hat diesen Bericht erstellt und hat gesagt, nein, das tut sie nicht. Und erst mal ist es ja auch nachvollziehbar, dass mehr Kapazität die Versorgungssicherheit nicht gefährden kann. Nach dem gestrigen Tag muss man die sicherheitspolitische Beurteilung aber noch weiter fassen. Es heißt, dass wir noch einmal neu prüfen müssen, ob Nord Stream 2, nämlich die Bündelung der gesamten Gaskapazitäten der Ostsee, die Versorgungssicherheit von Deutschland und von Europa geostrategisch noch fragiler macht und angreifer macht. Und das werden wir tun. Also die Vorgängerregierung unter Merkel hatte Nord Stream 2 schon freigegeben, aber Habeck hat diese Freigabe wieder zurückgerufen. Er hat Angst, dass wir damit unsere Versorgungssicherheit gefährden, wenn wir Gas aus Nord Stream 2 nehmen, weil wir dann zu abhängig von Russland sind. Er wollte mehr diversifizieren. Und das, meine lieben Zuschauer, ist natürlich kompletter Schwachsinn. Wenn man nämlich aus diesem Grund unsere Versorgungssicherheit gefährdet sieht, warum hat man Nord Stream 2 dann überhaupt bauen lassen? Das ist ja so, als wenn du in Auftrag gibst, ein Haus zu bauen und wenn es fertig ist, sagst du, ah, ich brauch's doch nicht und dann bezahlst du nicht. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich meine, sowohl deutsche als auch russische Firmen haben sehr viel Geld in Nord Stream 2 investiert und als es dann fertig ist, kommen irgendwelche scheinheiligen Ausreden von der Ampelregierung. Und gerade jetzt, wo wir in eine sehr tiefe Energiekrise gerutscht sind, brauchen wir ja sehr dringend billiges Gas, um unsere Energiekosten runterzukriegen und wieder wettbewerbsfähig zu sein. Gerade jetzt in der Krise würde das Gas aus Nord Stream sehr viel helfen. Und Putin hat wie gesagt nochmal angeboten, Gas durch Nord Stream 2 zu schicken. Aber unsere Regierung ignoriert das einfach und verbreitet weiterhin Lügen im Fernsehen. So wie Olaf Scholz in dem eben gezeigten Ausschnitt. Die Bundesregierung öffnet aus politischen Gründen Nord Stream 2 eben nicht und damit sind es eindeutig Sanktionen gegen Russland. Olaf Scholz lügt uns ja einfach fett ins Gesicht. Und das auch noch vor dem Hintergrund, wo selbst alle Wirtschaftsinstitute in Deutschland zugeben, dass die Sanktionen gegen Russland eben nichts bewirken und wir uns nur noch selber schaden. Bundeskanzler Scholz ist also nicht nur ein großer Lügner, sondern auch komplett ignorant, wenn es um die Rettung von Deutschland geht. Aber was will man auch von jemandem erwarten, der in einen der größten Steuerskandale der Bundesregierung verwickelt ist, dort massiv lügt und sich an nichts erinnern kann. Und was ich außerdem noch ziemlich krass finde, Scholz redet ganz stolz davon, dass wir vorher letztes Jahr 50% Abhängigkeit von Russland beim Gas hatten und das jetzt komplett auf Null runtergefahren haben. Das klingt ja gerade so nach einer Meisterleistung, aber wenn man dann mal anschaut, wo das herkommt, dann kann einem ganz bange werden. Schau dir mal hier die Grafik an, wie viel Gas Deutschland gespart hat. Wir haben 37% Gas im Vergleich zum letzten Jahr gespart. Und woran liegt das? Tja, weil viele Firmen einfach auf Sparflamme gefahren sind, weil wir viele Produkte nicht mehr anbieten aus Deutschland. Die ganze Chemie- und Aluminium-Metallbranche ist platt gemacht. Ja, viele Firmen sind pleite gegangen, viele haben das Land verlassen und dann ist doch klar, dann brauchen wir weniger Gas und in der Folge auch weniger Gas aus Russland. Aber ob man darauf stolz sein kann, das wage ich zu bezweifeln. Und außerdem kommt ja noch, auch wenn wir das ganze Gas aus der Pipeline auf Null reduziert haben, dafür importieren wir jetzt massenhaft Flüssiggas. Das musst du dir mal legen. Der Import von russischen Flüssiggat ist im Vergleich zum letzten Jahr um 40% gestiegen. Also auf der einen Seite kappen wir das billige Gas aus der Pipeline, weil das ja böse ist. Und auf der anderen Seite importieren wir aber 40% mehr Flüssiggas, was achtmal so teuer ist. Also das ist doch wirtschaftlich total bekloppt und zeigt einmal mehr, dass das, was unsere Ampelregierung macht, völliger Wahnsinn ist und unser Land komplett ruiniert. Und deswegen noch ein weiteres Mal, Olaf Scholz muss weg, die Bundesregierung muss weg, die Ampel muss weg. Es wird höchste Zeit für Neuwahlen.